Afrika ist vielen Jägern ja durch Namibia, Zimbabwe oder Südafrika schon bekannt. Doch Kamerun stellt bisher immer noch ein relativ unbekanntes Jagdreiseland dar. Entdecken Sie mit uns die Landschaften und die jagdliche Artenvielfalt im Norden Kameruns. Wir begleiten die beiden Jäger Jan und Gunther aus Deutschland während ihrer 14-tägigen Jagd auf Elefanten, Rotbüffel, Lord Derby Eland sowie viele Kleinantilopen und Warzenschweine. Erfahren Sie viele nützliche Tipps zur Jagd auf die einzelnen Wildarten und seien Sie hautnah bei der Erlegung dabei. Die Jagd in Kamerun bietet nicht nur eine unbeschreibliche Artenvielfalt, sondern fasziniert vor allem durch die Pirsch in einer abwechslungsreichen, grandiosen Landschaft. Wir sind gespannt. Ja. Ja. Erleben Sie mit uns wie zum Beispiel zwei starke Kop-Antilopen um ihr Revier kämpfen und begleiten Sie uns hautnah zu den in großer Anzahl in jedem Gewässer vorkommenden Flusspferden. Ja. Ein Film, der nicht nur durch die bestechenden Naturaufnahmen imponiert, sondern der auch gleichzeitig einen guten Eindruck über die Jagd im Norden Kameruns vermittelt. Dieses Video ist übrigens mit dem ersten Preis in der Kategorie Jagdfilm 2014 durch die AG Jagd- und Naturfilm ausgezeichnet worden. Ein Film aus der Hunting Joe Videoproduktion mit einer Länge von 75 Minuten, der in jedem Afrika-Jäger den Wunsch weckt, auch einmal in diesem noch so unbekannten, aber faszinierenden Land Jagd auszuüben. Wunderbar. Das war jetzt mal ein Perfekt. Ich bin eine goinode Gerwig-Häger im Jahd. Untertitelung des ZDF, 2020